Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Heute mit einem Unboxing und Hands-on Video vom brandneuen Samsung Galaxy Tab S6 legen wir los. Gut, das Samsung Galaxy Tab S6 ist nun bei mir eingetroffen und es ist auch offiziell in Deutschland verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für die günstigste Version mit 128 GB Speicher und WLAN liegt bei 749 Euro. So günstig ist das Tablet also auf jeden Fall nicht. Wer auf LTE haben möchte, muss mindestens 819 Euro ausgeben und wenn ihr LTE und 256 GB internen Speicher haben möchtet, werden 899 Euro fällig. Das sind natürlich die unverbindlichen Preisempfehlungen und wie typisch bei Samsung werden die Preise sicherlich recht schnell fallen, zumindest so ein bisschen. Gut, dann starten wir das Unboxing und ja, ihr seht hier schon, ich habe das Tablet hier ausgepackt. Das macht einen ganz netten Eindruck. Wir sehen hier die Ausbeutung auf der Rückseite für den Stylus und dann ist noch ein normales Netzteil natürlich da drin und ja, der S-Pen selber, der ist standardmäßig dabei. Den muss man also nicht separat dazu kaufen. Man kann allerdings Ersatz kaufen, wenn man den möchte. Ja und dann haben wir noch ein USB-C auf Typ A Kabel und ja, so ein Simi-Jack-Tool, also damit entfernt man dann die Micro SD-Karte. Ich habe hier die WLAN-Version, aber eben auch die SIM-Karte, wenn ihr die LTE-Version habt. Und dann haben wir noch, ja ganz üblich, Kurzanleitungen, Garantiebescheinigungen und so weiter. Und dann noch Ersatzspitzen und so ein kleines Werkzeug, um die Spitzen des S-Pen-Styles auszutauschen, wenn die aufgebraucht sind oder kaputt sind oder so. Ich habe das Galaxy Tab S6 in einer Aktion von Samsung bekommen. Dort gab es das Charging-Dock, also das Lade-Dock gratis dazu und ja, das packe ich auch immer schnell aus. Das Netzteil drin, dann nochmal, schon das gleiche Netzteil zu sein, auch nochmal ein gleiches USB-C auf Typ A Kabel und eben das Lade-Dock selbst. Da sind solche PIN-Anschlüsse, wo man das Tablet dann raufstellt. Also, ja, das ist ein ganz einfaches Lade-Dock. Ich würde es mir vermutlich nicht kaufen, wenn es nicht in dieser Aktion dabei wäre. Gut, ich habe das Samsung Galaxy Tab S6 jetzt hier vor mir und ja, jetzt können wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Seit ich die ersten Aufnahmen gemacht habe von dem Tablet, sind bereits einige Stunden vergangen und ich habe bereits Benchmarks getestet und zwei Spiele gespielt und den Akku geladen. Und ja, jetzt kann ich schon ein bisschen mehr über das Tablet hier sagen. Erstmal zum Design, wir haben ja ein 10,5 Zoll großes Display, dann haben wir hier natürlich schwarze, gleichmäßige Rahmen um das Display herum, jedoch keine physischen Buttons mehr. Die gab es zum Letzt beim Galaxy Tab S3, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, also keine Buttons mehr. Wir haben allerdings einen Fingerabdruck-Scanner, der nun unter dem Display liegt. Auf den verzichtet Samsung also nicht und das ist auch super, denn beim Galaxy Tab S4 hatten sie ja auf den verzichtet. Und ja, der funktioniert hier eben unterm Glas, so wie ihr es von Smartphones kennt. Das hier dürfte das erste Tablet mit einem Fingerabdruck-Leser unter dem Display sein. Ja, müsste wirklich das erste sein. Wir haben dann hier oben eine Webcam, die löst mit 8 Megapixel auf. Und ja, das war es dann auch schon. Dann kommen wir doch mal zu den Seiten. Wir haben hier so einen PIN-Anschluss, zum einen für das Lade-Dock, aber auch für das optionale Tastatur-Cover, das ich noch nirgendwo auf Lager finden konnte. Dann haben wir unten einen USB-Typ-C 3.1-Anschluss. Das ist schön. Zwei Lautsprecher. Dann an der anderen Seite haben wir einen Micro-SD-Karten-Slot und bei der LTE-Version passt dort sicherlich auch die SIM-Karte rein. Dann haben wir eine Lautsprecher-Wippe, einen Einschaltknopf und hier ganz oben zwei weitere Lautsprecher. Insgesamt sind es also vier Lautsprecher, genau wie beim Galaxy Tab S5e und auch wie beim Galaxy Tab S4. Ihr seht schon, es gibt hier keinen Anschluss für Kopfhörer, also keinen normalen Kopfhöreranschluss. Ihr müsst also USB-Typ-C-Kopfhörer benutzen oder Bluetooth-Kopfhörer oder eben so einen Adapter mit rumschleppen, der nicht dabei ist im Lieferumfang. Sehr schade. Wir haben dann hier oben eine Kamera mit zwei Linsen und zwei Sensoren. Das sind 13 und 5 Megapixel und das eine ist eben eine Weitwinkelkamera. Ich meine, das ist auch das erste Mal, dass wir das bei einem Tablet sehen. Gerüchten zufolge soll das ja auch zum neuen iPad Pro kommen. Naja, mal sehen. Wir haben hier das Samsung-Logo und dann eine Einkerbung hier hinten für den S-Pen und die Einkerbung ist magnetisch und darüber wird der Stift dann kabellos aufgeladen. Denn auch erstmal für ein Samsung-Tablet haben wir hier Bluetooth drin im Stift und man kann eben auch solche Gesten machen wie bei der Galaxy Note Serie. Das ging bei den Tablets bisher nicht. Die waren alle ohne Akkus, aber diesmal haben wir auch keinen Akku da drin. Und der wird eben so geladen, ähnlich wie bei Apple. Na, so ein bisschen. Die Position ist natürlich ein bisschen seltsam hier, aber na gut, mal sehen, wie das in der Praxis ist. Wir haben hier ein komplettes Metallgehäuse. Das ist 5,7 Millimeter dünn, also wirklich schön dünn. Und ich meine, es wiegt 420 Gramm. Ist also auch recht leicht. Das ist übrigens leider wieder eines der ersten Galaxy Tab S-Tablets mit einem Metallgehäuse, denn das S4 und S3 hatten eine Glasrückseite. Gut, kommen wir zum Display. Wir haben hier ein 10,5 Zoll großes Super AMOLED-Display und ich meine, es ist genau das gleiche des Galaxy Tab S4 und des Galaxy Tab S5e. Ich werde die noch in einem späteren Video genauer vergleichen, aber es müssten die gleichen Displays sein. 10,5 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 16 mal 10 und die Auflösung liegt bei 2560 mal 1600 Pixel. Und ja, deswegen ist natürlich Text und Icons sehen natürlich sehr scharf dadurch aus. Also an dem Display habe ich hier überhaupt nichts auszusetzen. Die Blickwinkel sind schön weit. Es ist ein AMOLED-Display. Das dürfte auch ordentlich draußen lesbar sein. Also wir haben auf jeden Fall eines der besten Displays in einem Tablet drin und ja, das ist ganz schön. Und dann kommen wir doch mal zu einem besonderen Feature des Galaxy Tab S6, nämlich dem S-Pen. Also der aktive Stift, der wie gesagt standardmäßig dabei ist und der hier hinten magnetisch oder über Nuktion aufgeladen wird. Ihr seht, ich habe ihn schon aufgeladen. Gut, Samsung hat hier einige Software-Features für den Stift vorinstalliert. Erstmal kommen wir doch mal zum Stift selber. Ihr seht ihn hier. Der sieht ein bisschen anders aus als bei den Vorgängern, hat aber die gleiche Funktion. Ist deutlich dicker als bei der Galaxy Note Serie bei den Smartphones. Bei denen kann es unangenehm sein, die wirklich lange zu nutzen. Hier bei der Größe geht das schon ein bisschen besser. Wobei der Apple Pencil fühlt sich etwas angenehmer an. Aber mal sehen, wie das mit der Dauer ist. Wir haben hier einen einzigen Button und hier auf der Rückseite keinen Button. Und die drückempfindliche Spitze unterstützt so knapp über 4000 Druckstufen. Und damit kann man eben auf dem Display herumzeichnen, etwas malen und so weiter. Wie gesagt, es sind einige Software-Features dafür dabei. Zum einen haben wir die R-Commands. Die sehen ein bisschen anders aus als beim Vorgänger haben, aber soweit ich hier sehen kann, größtenteils die gleichen Funktionen. Man kann direkt eine Notiz erstellen, man kann etwas ausschneiden, eine Screenshot-Notiz machen. Man kann etwas übersetzen und PenUp, das ist ein Zeichenprogramm. Und man kann auch noch neue Funktionen zufügen, so eine Überblicken-Funktion, eine Lupe ist dabei, noch sowas mit Malen und eben sehr viele Spielereien für den S-Band. Das Wichtigste ist eben, dass ihr eine Notiz erstellen könnt. Und das könnt ihr auch über die App hier, die S-Note-App, da geht ihr einfach auf neue Notiz. Und man könnt hier eben ganz normal, dass hier ist ein Test schreiben. Naja, funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Mir haben die S-Pens von Samsung immer richtig gut gefallen. Man hat hier so ein bisschen mehr das Gefühl, als würde man auf Papier schreiben, als es beim Apple Pencil der Fall ist. Der Microsoft Surface Pen ist ebenfalls sehr gut. Und ja, der S-Pen, da fühlt sich eben auch mehr wie Papier an und nicht ganz so wie Plastik auf Glas, wie es beim Apple Pencil zum Beispiel ist. Also das gefällt mir immer bei den Stiften von Samsung. Gut, das hier ist die Samsung Notes App. So ist, glaube ich, der offizielle Name. Genau, Samsung Notes. Und es gibt ja einige neue Funktionen. Eine neue Funktion, die zeige ich euch direkt mal hier. Ich habe einfach mal meine Webseite hier offen. Und wenn ihr dann auf Notiz erstellen könnt, geht, da seht ihr schon, ich habe es nämlich ausprobiert, ihr könnt die Transparenz der Notiz nun anpassen. Und dann könntet ihr beispielsweise etwas abpausen und dann dieses Tablet nachzeichnen oder so. Also das ist eine der Möglichkeiten, die man mit dieser Funktion hat. Man kann das gleich auch bei Videos machen oder aber ihr schaut gerade ein Video, vielleicht sogar eine Vorlesung. Und dann könnt ihr so mitschreiben, während ihr das Video weiterhin im Vollbild seht. Das könnte auch ein praktischer Nutzen dafür sein. Also das ist eine der neuen Features von dem S-Pen. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass hier nun Bluetooth mit drin ist, mit eingebaut ist in den Stift. Und nun könnt ihr den Stift so ein bisschen wie ein Zauberstab bei Harry Potter benutzen. Nämlich man kann damit solche Gesten machen. Und ja, da seht ihr hier, ich steuere gerade die Kamera mit den Gesten. Wenn man einfach nur hier rauftippt, wird ein Foto gemacht. Wenn man doppelt tippt, dann wird die Kamera herumgedreht. Dann drehen wir nochmal doppelt. Ja, und dann können wir nochmal ein Bild machen. Und es gibt hier so verschiedene Gesten, die ihr damit eben machen könnt. Ja, können die Kamera wechseln, etwas heranzoomen. Das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Muss man vielleicht ein bisschen üben. Ganz ehrlich, ich finde das gut, dass man hier mit ein Bild machen kann, wenn man einmal darauf tippt. Aber für alle anderen Anwendungen werde ich vermutlich diese S-Pen Gesten nie benutzen. Denn das ist mal so eine Spielerei. Gut, kommen wir zur internen Hardware. Im Samsung Galaxy Tab S6 sitzt nun ein Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core-Prozessor. Und das ist etwas sehr Bedeutendes, denn in den vergangenen Jahren hat Samsung immer ein Jahr alte Prozessoren in ihren H&T verwendet. Nun ist das endlich einer, der ja auch vergleichen Stufe mit anderen Smartphones zum Beispiel sitzt, eben der Snapdragon 855. Dazu gibt es je nach Version 6 bis 8 GB RAM und 128 oder 256 GB internen Speicher. Es ist also auch On-Licht-Speicher dabei. Und ja, ich habe bereits einige Screenshots von meinen Tests gemacht. Erstmal ab Werk sind bereits 22,2 GB vom System belegt. Das ist ziemlich viel, wie ich finde. Ungewöhnlich viel, aber wir haben eben auch viele Software-Features für den S-Pen und Samsung Dex und so. Also, ja, 22,2 GB sind bereits vom System belegt. Dann habe ich noch Geekbench laufen lassen und AnTuTu. Ihr seht ja den Vergleich. Und ja, aufgrund des Snapdragon 855 ist das Samsung Galaxy Tab S6 natürlich der schnellste Android-Tablet derzeit auf dem Markt. Es ist ein gutes Stück schneller als das Galaxy Tab S4 und ja, auch schneller als die Huawei MediaPad M5-Serie. Also, die Performance hier ist in den Benchmarks richtig gut. Und ich habe auch bereits Spiele gespielt. Und hier seht ihr, Fortnite ist eines der wenigen Android-Tablets, auf denen Fortnite läuft. Es läuft auch auf dem Galaxy Tab S4 und S5e und ich meine auch auf dem Galaxy Tab S3. Aber das war es so ziemlich mit Android-Tablets und Fortnite. Ja, ich habe es eine Weile gespielt. Die Einstellung könnt ihr auf Episch setzen und dann könnt ihr mit 30 Bildern pro Sekunde spielen. Wenn ihr mit 60 Bildern pro Sekunde spielen möchtet, kann man die Grafik nur auf hoch setzen. Aber trotzdem, Fortnite schaut hier super aus und lief während meines kleinen Tests auch schön flüssig. Also, ja, das ist so schön, dass es hier gut läuft. Übrigens, Fortnite findet ihr nicht im Play Store. Ich werde das immer mal wieder gefragt. Ihr müsst auf die Webseite von Epic Games gehen und dann könnt ihr Fortnite herunterladen. Ein weiteres Spiel, das ich ausprobiert habe, ist natürlich PUBG Mobile. Das sind die, ja, zwei der beliebtesten Spiele gerade, denke ich. Zumindest Spiele, bei denen man die Grafik-Performance richtig testen kann. Und auch das seht ihr hier, das schaut wirklich super aus. Man kann die Grafik auf entweder HD oder HDR setzen. Beides läuft und die Bildrate sogar auf extrem. Also, wirklich schön hoch. Und, ja, das konnte ich auch sehr gut spielen. Läuft flüssig und die Grafik sieht richtig klasse aus. Und, ja, ein gutes Stück besser als beim Samsung Galaxy Tab S5e. Das war das letzte hochwertige Android-Tablet, das ich getestet habe. Also, ja, die Grafik hier in PUBG Mobile sieht auch richtig schick aus. Gut, kommen wir zur Software. Auf dem Samsung Galaxy Tab S6 läuft natürlich Android 9. Und dann gehen wir mal hier, genau, auf Android Version 9. Und wir haben hier die One UI in Version 1.5. Das seht ihr auch hier. Und das ist immer eines der großen Vorteile von Samsung-Tablets. Die werden nämlich im Vergleich zu anderen vergleichsweise lange mit Updates verteilt. Sonst ist eigentlich nur Apple so vorbildlich. Huawei und Lenovo und so, die veröffentlichen manchmal Updates. Aber wirklich nicht für all ihre Tablets. Die Galaxy Tab S-Serie bekommt in der Regel mindestens zwei große Updates. Sogar das Galaxy Tab S3, das nun ja schon einige Jahre alt ist. Das hat gerade Android 9 bekommen. Und ja, von daher, wenn man auf aktuelle Software, so einigermaßen aktuelle Software steht, ist Samsung ziemlich vorbildlich momentan. Klar, man muss immer Monate warten. Aber die Updates kommen auf jeden Fall irgendwann. Zumindest in der Vergangenheit. Gut, hier drauf liegt die One UI-Oberfläche. Das seht ihr hier. Ist ziemlich stark angepasst. Mir gefällt die Oberfläche aber. Ich finde, sie ist modern. Aber es sind natürlich ziemlich viele Features vorinstalliert. Und alles schaut anders aus. Auch die Schnelleinstellungen hier schauen anders aus. Es gibt einen Kindermodus, einen Nachtmodus. Man kann hier unten die Navigationsleisten durch Gesten ersetzen. Bixby ist natürlich dabei. Energiesparmodi gibt es. Samsung Dex. Das schauen wir uns gleich an. Und natürlich all die Software-Features für den S-Pen. Die sind natürlich auch dabei. Und ja, hier haben wir Bixby. Das kann man einrichten, wenn man denn möchte. Ähm, ja, Apps sind vorinstalliert. Eine ganze Menge. Zum einen die ganzen Samsung-Apps und Pen-Up für den Stift. Die Google-Apps sind natürlich dabei. Dann haben wir hier drei Apps von Microsoft dabei. Und was haben wir noch? Eine Telefon-App, Nachrichten-App, also SMS-App. Kamera, ähm, ja, das ist alles dabei. Play Music, Samsung Notes ist dabei. Spotify ist dabei. Und Netflix. Ebenso übrigens Netflix kann man in HD schauen. In Full HD, das habe ich bereits ausprobiert. Und ja, diese Benchmarks habe ich und die Spiele habe ich natürlich selber installiert. Also schon einiges dabei. Was wir mal ausprobieren wollen, ist Samsung Dex. Und das starten wir mal, indem wir einfach in die Schnellerinstellung gehen. Und eben hier auf die Samsung Dex tippen. Und dann wird der Desktop-Modus eingeschaltet. Und mit dem Desktop-Modus kann man eben Fenster in frei, ja, fließenden, ähm, man kann eben frei fließende Fenster hier öffnen. Also frei bewegliche Fenster, wo man auch die Größe beliebig anpassen kann. Ähnlich wie bei Windows oder wie bei Chrome OS oder so. Und ja, das funktioniert ganz gut. Äh, in der Praxis, ich habe es nicht so wirklich genutzt. Ich habe auf dem Galaxy Tab S5e mal eine Weile damit gearbeitet. Und klar, das funktioniert alles. Man kann hier eine Maus anschließen, man kann den Monitor anschließen, eine Tastatur natürlich. Man kann das offizielle Dock holen. Da hat man dann sogar ein Touchpad eingebaut. Und dann kann man das so ein bisschen wie ein Desktop benutzen. Wie ein Laptop zum Beispiel. Und eben gleichzeitig auch als Entertainment-Tablet. Ähm, ja, ist alles ganz interessant. Ich werde es jetzt nochmal ausprobieren. Denn Samsung hat es hier so ein bisschen angepasst. Und ja, dann mal sehen, ähm, für meinen finalen Test, wie es im Alltag denn so ist. Ich schalte Samsung Dex mal auf. Mal schauen, wo schalte ich es denn aus. Hier, schalten wir es aus. Gut. Gut, kommen wir jetzt zur Akkulaufzeit. Die kenne ich während ich das hier spreche. Gerade zwar noch nicht, aber über Nacht werde ich den Akkutest laufen lassen. Und ja, ihr seht hier das Ergebnis schon. Für meinen Akkutest lasse ich immer ein HD-Video bei mittlerer Helligkeit in einer Endlosschleife laufen, bis sich das Tablet selbst ausschaltet. Und ja, ihr seht gerade, wie gut oder schlecht die Akkulaufzeit ist. Gut, ähm, mein erster Eindruck vom Samsung Galaxy Tab S6 ist ziemlich gut. Die Performance ist natürlich deutlich besser als bei allen anderen Android-Tablets. Ich werde es noch auf jeden Fall mit dem iPad Pro vergleichen müssen. Denn das ist ja ein direkter Konkurrent. Und sogar ein etwas teurerer Konkurrent. Schön ist, dass der S-Pen standardmäßig dabei ist. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Position zum Aufladen hier ideal ist. Aber mal sehen, vielleicht ist es ja in Ordnung. Mal sehen, was die Zeit so bringt. Display ist schön, Performance ist schön. Das Gehäuse gefällt mir. Ist auf jeden Fall sehr hochwertig verarbeitet. Und ja, also mein erster Eindruck ist ziemlich gut. Allerdings ist es natürlich auch ziemlich teuer. Ja, 749 Euro ist ziemlich viel für ein Android-Tablet. Ähm, es dürfte vermutlich das teuerste, mit das teuerste Android-Tablet sein, das je erschienen ist. Ähm, ich würde auf jeden Fall warten, bis es ein bisschen günstiger wird. Und dann, klar, wenn ihr das beste Android-Tablet haben möchtet, das schnellste Android-Tablet, das ist das Galaxy Tab S6 auf jeden Fall. Ihr habt ja die Benchmarks gesehen. Gut, ich werde es auf jeden Fall jetzt noch genauer testen müssen. Und ich möchte mal versuchen, damit mein Notebook zu ersetzen. Für eine Weile zumindest mit Samsung Dex und einer Tastatur und einer Maus. Und ja, dann mal sehen. Mein finaler Test dürfte in ein paar Wochen erscheinen. Das hier ist jetzt wirklich nur ein Unboxing-Video und mein erster Eindruck. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt und auch, was ich in meinen finalen Test einfließen soll, irgendwelche Tipps, irgendwelche Fragen, dann schreibt mir in die Kommentare. Und dann werde ich die in meinen finalen Test einbauen. Ich bin Angel für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Es werden noch einige zu diesem Tablet hier erscheinen.